Yet your wicked schemes will avail you not watching one. Eher so, es ist ein Singleplayer-Spiel, scheiß drauf. Dann ist es halt so, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich das Spiel kaputt macht damit und sich da halt Sachen kauft, die er einfach nicht kaufen muss. Aber das kann ja wie gesagt wirklich jeder selber handeln. Ich finde es sehr gut, eure Kommentare dazu gehört zu haben. So, und damit kommen wir natürlich jetzt zur Zukunft. Denn eine weitere Sache, die übel aufstößt, besonders auf den PC, sind Performance-Probleme. Da kann ich ja mal wieder glücklich sein, ein Konsolen-Nerd zu sein. Jetzt hage jetzt bestimmt Kommentare, Maustastatur schlägt alles, ja, ich weiß. Gut, okay, wir kommen dazu. Was ist neu? Es gibt ein geplantes Update. Es ist gleich ganz wichtig vorab, ich weiß jetzt schon, dass viele Kommentare kommen, wann kommt das Update? Keine Ahnung, bald. Und zwar, wenn wir nämlich gucken, schauen wir mal auf Twitter oder auf X, wie es heutzutage heißt. Den Namen werde ich nie verstehen. Dann haben wir nämlich hier einen kleinen Hinweis, hier an der Seite sehen wir es. Wir planen Patches zu releasen. Ja, davon geht man eigentlich heutzutage bei Spielen aus. Aber die zukünftigen, also Patches werden unter anderem das hier enthalten. Ob das alles auf einmal drin ist? Ich denke ja. Ich denke auf alle Fälle ja. In naher Zukunft. Und wir werden sie veröffentlichen, sobald, ja, sobald sie dafür bereit sind. Okay, aber das ist schon mal gut zu wissen, denn es kommen wirklich nur gute Sachen. Es kommen wirklich nur gute Sachen. Wir beginnen mit den Updates für alle Plattformen PS5, Xbox Series, XS und Steam. Und zum einen die Möglichkeit, ein neues Spiel zu machen, wenn man bereits einen Speicherstand hat. Ich weiß nicht, ich sag mal, 10 Dinge bevor ihr kauft. Ich glaube, da hab ich da schon, also es sind ein paar Sachen drin, da hab ich sowieso von vornherein gemeckert. Das konnte ich einfach nicht verstehen. Wie kann man denn bitteschön gerade ein solches Spiel wie Dragons Dogma, wo man halt, ja sag ich mal, klar, man kann seine Klasse relativ flott ändern. Das kostet auch nicht viel Kohle, aber man möchte halt irgendwo seinen fettgelevelten Mage haben und seinen fettgelevelten Tank oder wie auch immer. Und ich habe nur einen Speicherstand. Hm, nee, nicht gut, nicht wirklich gut. Also das ist es natürlich schön, wenn dort die Möglichkeit ist, ein neues Spiel zu starten, wenn bereits Speicherdaten existieren. Ich hoffe, dass sie gleichzeitig auch mehrere Spielstände mit einbauen. Bitte, Leute, weil wenn man mal wieder so ein Zwingst-Rätsel irgendwie, ja, versemmelt, dann steht man dumm da und, ja, richtig, das war's dann. Dann kann man sich überlegen, halt vom letzten Raster aus zu starten, was dann wieder 10 Stunden her war. Also deswegen wäre zu hoffen, dass es nicht nur die Möglichkeit gibt, ja, einen weiteren Spielstand für einen anderen Charakter zu machen, sondern auch innerhalb eines Charakters eventuell mehrere Speicherstände zur Verfügung zu haben, außer mit irgendwelchen Cloud-Tricks zu arbeiten. Dann, was sie ebenso ändern, die Kunst der Metamorphose. Und zwar ist das ja verfügbar bei den Geldhändlern. Damit kann man sein Aussehen ändern. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher oder Scrolls davon bisher verfügbar waren, aber auf alle Fälle werden sie das ändern auf 99. Dann könnt ihr also so oft, wie ihr Bock habt, da euer Aussehen ändern und könnt die Sachen dort immer wieder kaufen. Dann ebenso sehr, sehr gut. Bisher war ja eigentlich die Variante, dass man es vorgezogen hat, ja, sag ich mal, sein eigenes Lager aufzuschlagen, statt in der Taverne zu pennen, weil draußen schlafen kostet halt nichts. Hat immer noch den großen Vorteil, dass man sich wenigstens buffoet gleich grillen kann. Und das Grillen sieht ja toll aus, ne, oder kochen kann, wie immer man das nennen möchte. Aber die Quest, die dafür notwendig ist, euer eigenes Haus zu bekommen, wird früher verfügbar gemacht, sodass man schon sehr früh einen eigenen Spot hat, wo man halt gratis übernachten und ruhen kann, um halt auch deinen Lebensbalken wiederherzustellen. Dazu gibt es dann noch, ja, einige Text-Display-Fixes, also sprich die Textanzeige, da werden einige Fixes dran vorgenommen und natürlich ansonstige Bug-Fixes. Und dann gibt es noch Updates nur für die Konsolen und da kommt auch eine ganz wichtige Sache, die ich gleich zuerst sagen möchte. Auch das habe ich in 10 Dinge bevor ihr kauft gesagt. Bitte macht doch eine fixe Framerate. Bitte fix 30 FPS. Das ist ja schön, wenn es nach oben offen ist, aber wenn es halt, ja, hin und her springt, die Framerate, dann ist das manchmal sehr unangenehm. Und da haben wir jetzt frei die Möglichkeit, uns selber zu entscheiden. Möchten wir es so haben, wie es bisher ist, variabel, oder wollen wir einfach Maximum 30 FPS haben. Und ich weiß, dass ihr maximal 60 FPS haben wollt, aber so ist es nun mal. Aber schön, das Ganze fix zu machen. Wie gesagt, wird wahrscheinlich das Spielerlebnis auf jeden Fall besser machen. Dazu gibt es dann noch obendrauf die Optionen, das Motion Blur und das Weight Tracing ein- und auszuschalten. Und ganz wichtig, auch hier der Hinweis ist mit Sternchentext versehen. Diese Optionen werden die Framerate nicht großartig beeinflussen. Also wenn ihr dann Raytracing und Motion Blur alles ausschaltet und an der Framerate ändert sich damit nicht viel. Verbesserungen an der Framerate sind geplant für weitere Updates. Also erst später wird das kommen, dass dort ja an den Frameraten nochmal gearbeitet wird. Dann gibt es natürlich nochmal Updates auch für Steam, für die PC-Version. Und einmal gibt es dort eine erhöhte Qualität, wenn DLSS Super Resolution enabled ist. Ich habe es auch weilevoller in den Testberichten gelesen gehabt, dass das wohl nicht viel ausmachen soll, ob man das ein- oder ausschaltet. Und dann gibt es noch halt einen weiteren Bugfix dafür, dass irgendwelche Models in schlechterer Qualität erst einmal unter bestimmten Bedingungen gerendert gezeigt wurden. Das sind die geplanten Updates. Ich hoffe, sie kommen sehr, sehr weit. Denn das Spiel hat es leider auch nötig, dass dort nochmal mächtig daran gearbeitet wird. Aber sie machen vor allem eine Ankündigung, dass es kommen wird. Und das war jetzt, glaube ich, so kurz nach Release ein guter Zeitpunkt, da schon mal die Pläne für die Zukunft zu veröffentlichen, dass man weiß, okay, ja, ich investiere hier weiter meine Stunden rein, weil es wird besser werden. Oder halt, ich sage mir, ach, schmarrn, ich lege es in die Ecke. Ich spiele irgendwas anderes und warte, bis der Patch da ist. Und dann geht es, ja, mit besseren Möglichkeiten los. Vor allem die mehr Speicherstände. Da bin ich, wie gesagt, auf die Optionen. Sehr gespannt, wie sie das umsetzen werden. Das war es von mir. Eure Meinung dazu, wie immer, unten gerne rein in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert auch den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Dann verpasst ihr hier natürlich mit LogAktiv kein weiteres neues Video. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie. Ich danke euch.